Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Für mich und für uns war in diesen letzten sechs Monaten vieles eine Premiere. Und heute kommt noch eine. Nicht das Festival of Lights ist neu, aber das Schloss Bellevue fehlte bisher bei der Veranstaltung. Und ich finde, wenn Berlin erstrahlt, dann darf eine der schönsten Fassaden in Berlin dabei nicht fehlen. Videomapping ist eine immer noch relativ junge Kunstform. Deshalb bin ich ganz gespannt, was wir gleich sehen werden. Es sind Künstler aus aller Welt, die daran teilnehmen. Nicht nur Künstler aus Deutschland, aus den USA, aus Russland und Ukraine. Selbst aus Makao ist ein Beitrag heute Abend dabei, auf den ich mich sehr freue. Und was die Künstler eint miteinander. Sie alle haben sich Gedanken gemacht über die Demokratie, über die Stärken und die Anfechtungen von Demokratie. Und ich bin ganz gespannt, auf welche künstlerischen Gedanken Sie dabei gekommen sind. Es geht in wenigen Sekunden los. Und ich bin gespannt auf die Beiträge. Und ich bin gespannt, auf welche künstlerische Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen. Und ich bin gespannt, auf welche Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen. Untertitelung. BR 2018 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 Ich kann wählen. Ich kann wählen. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann wählen. Ich kann wählen. Ich kann wählen. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich kann. Ich kann wählen. Ich kann wählen. Ich will bevorstehen. Ich kann wählen. Applaus So, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war eine Auswahl dabei, mein Favorit steht fest. Wenn Sie auch schon einen gefunden haben, dann lassen Sie es die Veranstalter wissen. Herzlichen Dank, einen schönen Abend und eine gute Nacht.